Es ist überdurchschnittlich warm und die letzten 24 Stunden hat es fest geregnet. Der Schnee ist bald weg. Der Tier ist es egal. Für sie ist es ein Tag wie jeden anderen. Hauptsache sie haben gutes Fressen und ein warmes Plätzchen. Beim Nachwuchs geht es fürschi. Diese Geissen, die schon einen dicken Bauch haben, eine geschwollene Zucht, also Scheiden, beginnen jetzt langsam auch an Milch zu bilden in ihren Neutern. Das heisst, es kann nicht mehr allzu lange gehen. Wir freuen uns auf die ersten Geizen und wünschen allen freie Festtage.